In diesem Video erfährst du, wie du 1300 Euro online verdienen kannst und zwar mit dem Partnerprogramm der Plattform ZenikSafir. Ein Projekt, das ich dir schon mal vorgestellt habe im Bereich Kryptowährungen, jetzt mit einem exklusiven Update und als Bonus verrate ich dir eine geniale Methode, wie du mit etwas Glück sogar 10.000 Euro verdienen kannst. Bleib also auf jeden Fall dran, wenn du Geld im Internet mit Kryptowährungen verdienen willst. Hallo, hier der Steve von Geniale Geld Ideen. Heute mit dem heiß erwarteten und auch versprochenen Update rund um das Thema ZenikSafir. Eine Plattform, eine Online-Börse im Bereich Kryptowährungen, die extrem lukrativ ist und zwar nicht nur, wenn du selbst investierst, sondern vor allem, wenn du das Affiliate-Programm, das Partnerprogramm von Zenik ausnutzt, um damit richtig viel Geld zu verdienen. Ich zeige dir in diesem Video nicht nur, wie viel Geld drin ist, wie du Geld damit verdienen kannst, sondern als Bonus am Ende sogar noch eine geniale Möglichkeit, wie du mit etwas Glück 10.000 Euro verdienen kannst. Einfach so. Wenn du wissen willst, wie das geht, bleib auf jeden Fall dran. Ich verrate dir sogar die komplette Strategie, mit der du mit Hilfe von Kryptowährungen mit der Plattform ZenikSafir Geld verdienen kannst. Als komplette Schritt-für-Schritt-Anleitung. Wenn du Spaß daran hast, am smarten Investieren und natürlich am Online-Geld verdienen, dann lass mir gerne einen Like da und abonniere auch gerne den Kanal. Ich freue mich da jedenfalls sehr, sehr drüber. Und wenn du die Glocke aktivierst, dann verpasst du zukünftig kein neues Video hier bei Geniale Geld Ideen. Ich würde mich, wie gesagt, wahnsinnig drüber freuen. Legen wir also direkt los, denn es gibt ein volles Programm. Ich zeige dir jetzt nochmal ganz kurz, was eigentlich Zenik ist. Ich habe, wie gesagt, schon ein Video dazu veröffentlicht, nämlich dieses hier passives Einkommen mit Krypto-Minting. Wie genau das funktioniert, das kannst du in diesem Video, das habe ich auch nochmal in der Videobeschreibung und oberhalb des roten Files für dich verlinkt, nochmal ganz in Ruhe anschauen. Und da beantworte ich auch alle Fragen rund um das Thema, wo sitzt dieses Unternehmen, ist das seriös, ist das Scam, was erwartet man davon und wie viel Geld kannst du als Investor dort verdienen. Also schau dir ganz in Ruhe dieses Video noch einmal an, denn heute geht es um eine zweite geniale Möglichkeit, damit Geld zu verdienen, nämlich als Affiliate. Und warum ist das so praktisch und so extrem lukrativ, mit Hilfe von Zenik, der nächsten Generation von Krypto- und Fiat-Zahlungen Geld zu verdienen? Ganz einfach, weil Krypto der absolute Hype ist. Ich schätze mal gerade deswegen, weil viele Menschen verzweifelt nach Möglichkeiten suchen, möglichst aus wenig Geld viel Geld zu machen. Und das funktioniert im Kryptowährungsbereich nach wie vor sehr, sehr gut. Und sicherlich spielt auch die Corona-Krise so ein kleines bisschen damit rein, dass Menschen wirklich Dinge suchen, mit denen sie Geld verdienen können. Und da ist, wie gesagt, Krypto extrem effektiv und sehr praktikabel. Und deswegen gerade im Affiliate-Bereich sehr, sehr einfach, hier auch Menschen zu begeistern für so eine Plattform und damit Geld zu verdienen. Bevor wir zum eigentlichen Partnerprogramm kommen, nochmal ganz kurz eine Zusammenfassung, worum geht es eigentlich? Was macht Zenik? Ist wie gesagt eine Krypto-Plattform und wird demnächst eine Börse veröffentlichen, also eine Krypto-Exchange. Und sie haben einen eigenen Token, den sogenannten Zenik-Coin. Und dieser Zenik-Coin ist auch bereits gelistet auf Uniswap beispielsweise. Es kommen weitere Börsen dazu und hier kannst du jederzeit tagesaktuell verfolgen, wie viel dieser Coin gerade wert ist. Und was ist jetzt das Besondere am Zenik-Coin? Ganz einfach, du kannst diesen Coin minten. Denn es gibt den sogenannten Zenik-Hub und das ist eine eigene digitale Münzprägemaschine. Das heißt, du kannst mithilfe dieses Produktes selber neue Coins herstellen. Im Grunde wie beim Bitcoin, da heißt es eben Mining und hier kannst du Coins minten. Die werden dann hergestellt und die gehören dir. Das heißt, du produzierst deine eigenen Coins und kannst dann unter anderem von dem Gewinn und von der Wertsteigerung dieser selbst geminteten Coins profitieren. Und das ist extrem lukrativ. Und wenn du dich angemeldet hast bei Zenik bzw. bei Saphir, das ist im Grunde das Vertriebsunternehmen für diesen Hub, dann hast du auch das Recht, als Affiliate Geld zu verdienen, indem du diese Plattform bewirbst. Und wir gucken jetzt einfach mal rein. Den Link zur Anmeldung findest du unten in der Videobeschreibung. So sieht der Account aus, wenn du angemeldet bist. Und hier siehst du gerade, wie viele Coins du hast. Ich habe momentan 23,50 Euro ungefähr umgerechnet zum aktuellen Tageskurs an Zenik Coins gemintet. Das heißt, die habe ich selber produziert durch mein Device. Du musst nicht unbedingt einen kompletten Hub kaufen, sondern du kannst auch anteilig in der Cloud sozusagen investieren und einen anteiligen Hub kaufen. Das findest du als Option unter diesem Punkt hier namens Shop. Wenn du auf den Shop klickst, dann gibt es hier die Möglichkeit zu schauen, was kann ich denn für so einen Hub kaufen. Der Zenik Hub als Hardware-Device kostet 1.998 Euro. Klingt ziemlich viel, aber dafür hast du auch einen ordentlichen Minting-Faktor. Und das Ding produziert quasi für den Rest deines Lebens Geld. Und wenn du einmal dieses Invest raus hast, dann ist alles weitere darüber hinaus reiner Gewinn. Und wenn der Wert dieses Coins steigt, dann kann das viel, viel schneller gehen, als du es dir vielleicht jetzt erwartest. Die andere Möglichkeit ist, wie gesagt, einen sogenannten Saphir-Minting-Hub zu kaufen. Das ist eine Masternode, die aber bei Saphir auf den Servern in Dubai steht. Die kostet auch weniger, weil du eben keine Hardware zu dir nach Hause geschickt bekommst. Und da kannst du ebenfalls drin investieren, lädst also ein bisschen Geld auf diese Plattform und kannst dann von dem Minting profitieren. Wenn du nicht so viel Geld zur Verfügung hast, dann kannst du auch nur anteilig zum Beispiel einen 16. Minting-Share dir kaufen. Der kostet 150 Euro. So viel habe ich jetzt gerade hier noch in meiner Balance und könnte das jetzt ganz einfach kaufen. Und wenn du hier auf jetzt kaufen klickst, dann siehst du hier, was alles dabei zu beachten ist bezüglich der Mehrwertsteuer, falls du den Hub als echtes Gerät nach Hause geliefert bekommst. Und der aktuell erwartete Minting-Faktor, der wird hier auch angegeben vor dem Kauf, der liegt bei 5,88%. Und dann kannst du akzeptieren und kaufen. Und in dem Moment, sobald das Ding connected ist, produziert dieses Ding Geld in Form von Coins. Du siehst hier, ich habe zwei Hubs momentan, die für mich minten. Und zwar seit dem 10. September. Also seit gerade mal zwei Monaten und innerhalb von zwei Monaten habe ich jetzt schon knapp 25 Euro hergestellt in Form von neuen CENIC-Coins. Du siehst also, das ist relativ schnell wieder eingespielt, das ursprüngliche Invest. Wie kannst du jetzt aber davon profitieren? Wenn du auf dem Dashboard bist und als Affiliate Geld verdienen möchtest, dann kannst du ganz einfach ein Stückchen nach unten scrollen auf den Punkt Netzwerk. Und da findest du deinen persönlichen Referenz-Link. Wenn jemand hier drauf klickt und dann Partner wird und einen Account eröffnet und Geld investiert, dann bekommst du dafür Geld. Und zwar eine ganze Menge. Denn das Partnerprogramm von CENIC-Saphir sieht folgendermaßen aus. Und das ist wirklich, wirklich attraktiv. Der erste Punkt ist eben das Unilevel-System. Du kannst auf bis zu 15 Ebenen Geld verdienen. Was bedeutet Ebene? Ganz einfach, wenn du direkt jemanden wirbst, der bei CENIC-Saphir sich anmeldet und dann Geld investiert, dann bekommst du auf diese Person, die im Level 1 ist, also direkt von dir geworben wurde, 9% Provision. Und das ist richtig viel Geld. Vor allem, weil du mindestens 100 Euro investieren musst auf dieser Plattform. Und wenn du einen ganzen Hub haben möchtest, dann liegen wir eben bei diesen 1499 Euro. Also fast 1500 Euro. 9% auf 1500 Euro, das sind immerhin schon mal 135 Euro. Also eine ganze Menge Geld, die da bei dir hängen bleibt. Und du kannst so viele Firstliners haben, also direkt geworbene Menschen in deinem Freundes-, Verwandten-, Bekanntenkreis. Oder auch andere, die wir gleich erreichen werden über die Strategie, die ich dir zeige, wie du möchtest. Das ist das Coole daran. Und wenn dir wiederum weitere Menschen für die Plattform werben, dann kriegst du auch für die Personen in der zweiten Ebene nochmal 8%. Diejenigen in der dritten Ebene, 7% und so weiter bis zum 15. Level, bis zur 15. Ebene hinunter. Also wirklich krasse Möglichkeiten, hier Geld zu verdienen. Die zweite Möglichkeit, das sind Bonuszahlungen, die von der Plattform selbst ausgeschüttet werden. Und das ist wirklich sehr, sehr einfach. Du bist automatisch schon auf ersten Level. Du brauchst niemanden direkt geworben zu haben. Du musst kein Geld investiert haben, bist du New. Wenn du mindestens 100 Euro einzahlst, dann bist du im Level New Plus. Das ist das zweite Level. Und den ersten Bonus kriegst du, wenn du im zweiten Level Premium bist. Das heißt, du musst mindestens zwei Personen geworben haben. Und insgesamt müssen 1.500 Euro auf der Plattform eingezahlt worden sein durch diese Partner und oder durch dich. Und dann kriegst du von der Plattform von Zenec Saphir einen Bonus von 15 Euro. Das ist schön, einfach so on top als Dankeschön, dass du hier dieses Partner-Netzwerk erweiterst. Und wenn du vier Leute geworben hast, insgesamt 5.000 Euro eingezahlt sind, kriegst du schon mal einen Bonus von 75 Euro. Richtig spannend wird es natürlich, wenn du dann richtig ins Netzwerk einsteigst und beispielsweise hier einen Double Ruby-Status hast. Da musst du mindestens 12 Personen geworben haben, die in Summe 20.000 Euro eingezahlt haben. Dann gibt es einen Bonus von 600 Euro und so weiter. Also ebenfalls eine tolle Möglichkeit, hier noch zusätzlich zu profitieren. Und last but not least kannst du durch Aktivitäten, je nachdem welchen Rang du erreichst, eine bestimmte Sternanzahl bekommen. Und das bedeutet, du kriegst einen sogenannten Pool-Bonus, also einen Anteil vom Pool-Bonus, also von den eingezahlten Beträgen eines aktuellen Monats von allen Menschen, die auf der Plattform aktiv sind. Das ist natürlich hier als Ruby-Status jetzt nicht besonders viel. Aber der eine oder andere Euro bleibt da sicherlich ebenfalls hängen. Wie schaffst du es jetzt dann tatsächlich, mit diesem Modell 1.300 Euro zu verdienen? Ganz einfach. Wenn jemand wirklich hier diesen normalen, vollständigen Hub kaufen sollte für 1.499 Euro und dann bekommst du dafür in der ersten Linie 9%, also 134,91 Euro, dann ist es so, dass du natürlich jetzt überlegen kannst, wie viele Personen schaffst du hier zu begeistern für diese Plattform. Und nehmen wir mal an, in den ersten zwei, drei Monaten schaffst du es wirklich, 10 Personen zu erhalten, die so einen Hub kaufen. Dann kannst du das Ganze mal 10 rechnen und hast dann 1.349 Euro, also über 1.300 Euro eingenommen, nur an Provisionen von Menschen, die auf dieser Plattform Geld investieren wollen. Also das ist definitiv machbar. Wie ist das machbar? Genau das zeige ich dir jetzt in der Schritt-für-Schritt-Anleitung. Und am Ende, nicht vergessen, gibt es noch den Bonus, der aktuell läuft, wie du die Möglichkeit hast, mit ein bisschen Glück und etwas Kreativität 10.000 Euro zu bekommen. Kein Scherz. Das Problem ist, wenn du jetzt hier Geld verdienen wollen würdest als Affiliate, dann müsstest du alles das, was ich jetzt erklärt habe, allen Interessenten wieder einzeln runterbeten. Und das ist ziemlich anstrengend und aufwendig und das möchte ich nicht von dir verlangen. Deswegen stelle ich dir mein Video, was ich schon produziert habe, Passives Einkommen mit Kryptominting, komplett kostenlos zur Verfügung. Das heißt, du kannst dieses Video nutzen auf einer Webseite, die wir jetzt kostenfrei gemeinsam erstellen, um Menschen dafür zu begeistern, um sie über die Hintergründe aufzuklären. Und statt meines Affiliate-Links kannst du einfach deinen Affiliate-Link hier einsetzen und kannst sofort beginnen, damit Geld zu verdienen. Wie machen wir das? Indem wir auf die Plattform wix.com gehen. Das ist eine Möglichkeit, kostenfrei Websites zu erstellen und du kannst hier, wie gesagt, kostenfrei dich anmelden, beziehungsweise einen Account erstellen. Du musst da keine Kreditkarte hinterlegen oder irgendetwas anderes und gehst dann auf neue Seite erstellen, sobald du dich da einmal registriert hast. Und du wirst hier komplett einzeln durchgeführt. Was wollen wir machen? Zum Beispiel ein Unternehmen erstellen, eine Unternehmenswebseite und zwar eine, die bald kommt. Denn wir brauchen da gar nicht viele Informationen, sondern nur die Möglichkeit, ein Video einzubinden. Und das können wir schon zum Beispiel hier mitmachen. Wir suchen uns das aus, gehen auf Bearbeiten. Das ist eine Landingpage im Aufbau. Und haben dann die Möglichkeit, hier diese Webseite individuell zu bearbeiten. Als erstes würde ich mal hier diese Uhr entfernen. Einfach markieren und das Bild dann wegmachen. Hier kannst du was anderes reinschreiben, zum Beispiel Zenik. Sieht also auch schon mal ganz gut aus. Und dieses Hintergrundbild, das müssten wir bearbeiten, Seitenhintergrund ändern. Und hier gibt es viele Bilder zur Auswahl. Und es sollte ja irgendwas mit Krypto sein. Entweder das, was hier verfügbar ist oder du kannst auf Bild gehen und dann Medien von Wix. Das sind also kostenfreie und lizenzfreie Grafiken, die du nutzen kannst. Und ich kann mal gucken, ob es so etwas wie Krypto gibt. Und da siehst du, da sind tatsächlich schon Dinge, die hier Sinn machen würden. Zum Beispiel das hier mit Krypto, Diagramme analysieren oder Börse. Wenn wir das als Hintergrundbild auswählen, dann können wir hier auf Hintergrund ändern gehen. Und in dem Moment haben wir hier schon so eine Investitionsdarstellung. Dann können wir diesen Text natürlich ebenfalls ändern. Zenik, Saphir, Erfahrung. Jetzt informieren. Und hier drunter würde dann das Video eingebunden werden. Wie machst du das? Du klickst hier in diesen Bereich und dann können wir auf die linke Seite auf das Pluszeichen gehen und wählen hier ganz einfach ein Video und Musik aus. Und zwar ein bestimmtes Video, nämlich ein YouTube-Video. Das klickst du an. Und dann wird es automatisch hier eingebunden. Die Seite selbst kannst du ja vergrößern, indem du hier diesen Bereich markierst, das nach unten ziehst und dann wird dieser Website-Bereich eben größer. Und dieses Video kannst du so positionieren, wie du es gerne möchtest. Du kannst es auch größer und kleiner ziehen. Und das war es schon. Und dieses Video tauschen wir jetzt aus gegen das Video von mir. Das ist dieses. Wie kriegst du diese URL? Ganz einfach. Du gehst auf Teilen und kopierst dann hier den Link zum Video raus. Das ist automatisch kopiert in die Zwischenablage. Gehst dann wieder zurück zu Wix. Und hier tauschen wir dieses Video aus. Video wechseln. YouTube. YouTube-Web-Adresse. Hier fügen wir jetzt das Video ein, was von mir stammt. Das kannst du, wie gesagt, komplett kostenlos nutzen. Wenn du willst, kannst du die automatische Wiedergabe aktivieren oder eine Wiederholungsschleife. Ich würde die Wiederholungsschleife aktivieren. Damit das Video hier nicht stehen bleibt und dann irgendwelche anderen empfohlenen Videos wie bei YouTube hinterher zu sehen sind. Also die Wiederholungsschleife aktivieren wir. Und du kannst jetzt hier die Videobeschreibung hinzufügen. Wie machst du das? Ganz einfach. Du nimmst die Videobeschreibung von meinem Video ganz einfach heraus. Die du hier findest. Jeden Tag passiv Geld verdienen mit Tokenisierung. Kostenlos bei Saphir anmelden. Das kopierst du ganz einfach raus. Gehst wieder zurück zu Wix. Setzt hier die Beschreibung ein. Und statt dieses Links hier setzt du deinen Empfehlungslink von der Saphir-Plattform ein. Den hier, den du hier unten findest. Der wird hier reinkopiert. Dann schließt du diesen Editor. Und schon ist alles erledigt. Das gleiche machen wir jetzt hier. Noch mal einen zusätzlichen Textblock einfügen. Dazu vergrößere ich das Ganze noch mal kurz. Und füge hier unten einen zusätzlichen Textblock ein. Hinzufügen. Text. Und zwar eine Überschrift 3 nehmen wir mal, damit es nicht ganz so klein ist. Und auch hier kopierst du den Text noch mal rein, den wir gerade hatten. Text bearbeiten. Und das ist meine Bildunterschrift. So. Und hier würdest du ebenfalls den Link, der jetzt mein Link ist, zu deinem Link machen. Und deinen Link dafür einfügen. Und in meinem Video ist es so, dass ich sage, unterhalb des Videos, in der Videobeschreibung, findest du meinen Empfehlungslink. Und das Tolle ist, wenn jemand sich jetzt dieses Video hier anschaut, auf deiner Webseite, dann sieht er deinen Empfehlungslink hier. Es stimmt also alles, was ich sage, nur, dass ich dieses Video dir zur Verfügung stelle und du damit deinen eigenen Link bewerben kannst. Wir können mal gucken, wie das Ganze aussieht. Rechts oben in der V-Show hast du die Möglichkeit, dir das mal anzuschauen. Und du siehst, diese Webseite sieht gar nicht so schlecht aus. Zenix, Saphir, Erfahrungen, jetzt informieren. Hier läuft das Video. Hier ist der Text. Wenn du es hier abspielst, dann läuft ganz einfach das Video hier los. Menschen können sich informieren, wie das Ganze funktioniert, wie sie ganz einfach Geld verdienen können, mit Hilfe von Zenix, Saphir. Und können sich dann direkt über deinen Link anmelden. Diese Webseite kannst du dann veröffentlichen. Du klickst auf Veröffentlichen. Und kannst hier noch eine Domain, einen Domain-Namen vergeben. Oder sogar, wenn du möchtest, eine eigene Domain verbinden, sofern du denn schon eine registriert hast. Speichern und fortfahren. Und dann ist die Webseite online und du kannst sie so nutzen. Wichtig ist, du musst am Ende unten im Impressum hier noch angeben, wer du bist, wo du herkommst. Also deine komplette Adresse, deine Postanschrift etc. Und außerdem angeben, dass es sich bei dem Link, den du hier findest und den du hier angibst, um einen Affiliate-Link handelt, der dir eine kleine Provision einbringt, sollte sich jemand hierfür anmelden. Aber so einfach kannst du eine professionelle, sehr, sehr coole Webseite, Landingpage erstellen, um das Partnerprogramm von Zenix Saphir zu bewerben. Und diesen Link zu deiner Landingpage kannst du natürlich teilen in Facebook-Gruppen und so weiter. Und das Tolle ist, es ist eben ein neutrales Informationsvideo. Du kannst in einer Facebook-Gruppe beispielsweise oder in einer Antwort zum Thema Wie kann ich Geld mit Kryptowährungen verdienen bei Quora beispielsweise? Ganz einfach schreiben, ich habe hier ein neutrales Video von dem YouTube-Kanal Geniale Geldideen. Und das ist eben eine Autorität und nicht irgendein Werbevideo von dir. Und genieß darum größeres Vertrauen, als wenn du einfach nur eine Werbebotschaft hier verlinken würdest. Und verlinkst dann auf dieses Video, also auf deine Landingpage mit einer echten URL, ebenfalls sehr vertrauenserweckend. Dann können sich die Leute dieses Video angucken und wer dann hier draufklickt, sich registriert und Geld investiert, der bringt dir Provisionen ein. Ganz einfach. Du siehst also, es ist wirklich kinderleicht, entweder selbst Geld zu verdienen, indem du hier mintest, oder als Affiliate richtig viel Geld einzunehmen, wenn du es clever anstellst. Und ich gebe dir alle Ressourcen dazu kostenfrei. Aber ich habe ja auch gesagt, es gibt noch einen Bonus. Vielen Dank, dass du so lange gewartet hast bis zum Ende dieses Videos. Denn jetzt noch der große Tipp für alle, die ein kleines bisschen kreativ sind und 10.000 Euro mit ein bisschen Glück einheimsen wollen. Wie funktioniert das? Indem du dich in deinen Account einloggst und auf Video-Wettbewerb klickst. Momentan ist dieser Video-Wettbewerb nämlich wieder geschaltet und du hast die Möglichkeit, wenn du einfach selber ein YouTube-Video erstellst, das du veröffentlichst, rund um Saphir 10.000 Euro zu gewinnen. Und das ist wirklich nicht schwierig. Du musst einfach nur ein Video erstellen, das zu diesem Thema passt, das die Plattform vorstellt oder das, was du damit bereits eingenommen hast und einfach begeistert darstellen, was das für dich bedeutet. Maximal drei bis fünf Minuten. Es muss ein neues Video sein. Es muss auf YouTube veröffentlicht sein. Du schickst diesen Link zum Video und mit deinem Benutzernamen zusammen an videocontestsaphir.com und dann können die User auf der Plattform abstimmen, welche Videos es denn schaffen. Und wenn du hier auf der linken Seite zum Video-Wettbewerb klickst, dann siehst du hier die Ergebnisse des letzten Wettbewerbs und du siehst dieses Video. Das ist nichts anderes als einfach nur ein Interview mit einem des CEOs, mit Erwin Doktor aus Österreich. Wer das ist, das habe ich im vorherigen Video schon mal vorgestellt. Das hat 10.000 Euro gebracht, weil es auf dem Platz 1 gewählt wurde von den Usern. Dieses Video hier ist auch eine kleine Animation, ein Werbevideo, das ein bisschen animiert wurde. Wie man hier sieht, also nichts wirklich Aufwendiges. Das kannst du auch bei Fiverr für ein paar Euro dir bestellen. Und dieses Video hat tatsächlich 5.000 Euro dann noch eingebracht. Also du hast die Möglichkeit, hier Geld zu verdienen, sogar bis zum 10. Platz runter, das immer noch 200 Euro Bonus einbringt. Also eine super einfache Möglichkeit, zusätzlich bis zu 10.000 Euro mithilfe dieser Plattform mit einem einfachen Video zu verdienen. Jetzt hast du also eine komplette Strategie an der Hand, mithilfe von Affiliate-Marketing im brandheißen Bereich Kryptowährungen mit Zenix A4 als Affiliate eine ganze Menge Geld zu verdienen. Vielleicht sogar noch 10.000 Euro extra abzustauben. Und die Erlaubnis exklusiv, mein Video Passives Einkommen mit Kryptominting über diese Plattform zu verwenden für dein eigenes Marketing. Ich hoffe, da hast du viel Spaß und Erfolg mit. Wenn du noch mehr Erfolg haben willst, auch im Bereich Kryptowährungen, dann klick doch gerne mal auf das linke Video. Da erfährst du, wie du 27 Euro passiv jeden einzelnen Tag verdienen kannst. Und wenn du sagst, also mit den Tokens, das finde ich spannend, dann klick gerne auch mal auf das rechte Video. Denn da erkläre ich, wie es möglich ist, 1.000 Euro in 4.000 Euro zu verwandeln. Und das ohne etwas dafür zu tun. Egal, ob du links klickst oder rechts, ich freue mich, wenn wir uns gleich im nächsten Video wiedersehen.